ja ich nehme schaden ich komme nämlich ohne mich schaden das ist mein blitzing oder oben eingeschlagen irgendwie noch effizienter mit meiner mc ja wenn ihr so gut wie gar keine ich habe nur die hälfte meiner mahnach ich kann nicht alle meine sachen auf einmal sparen leider die 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 um ich konnte mir fitter ich komme ja es sind ja schon sachen nicht von dem wasser da ich habe so einen durst lieber zu trinken zu sich flankieren ja ich gehe für ihn durch wir haben uns entdeckt gott goldene resonanz resoniert mit darf weg ist wir zum verschenken als gegenstand verwendet vielleicht nur sachen schenken wenn ich in der resonanz mit dem oder so besonders gut wie wenn wir jetzt schon warum habe ich das überhaupt genommen und ich brauche eigentlich gar nicht diese obwohl naja weil ich noch ums geld sagen ich noch irgendwas in einem primal ist baum ja schon sehr lange nichts mal reingepackt schnisch wow wo die schießen geistern und vom erfahrung von der gewährten Jassel Eintracht hier ist so wir sind im Untergang der Weihraus Alpengen bis mit Liederschaft die Mikropole der Tiefel der Lärmung der Lärmung der Lärmung der wird er anschauen wirkt sich auch vorher elektronen kälte wir müssen gegner tönen wir haben erfahrungspunkte das war natürlich in den zugegner der gegner gott sei lang schreien als erfolge stein schwinger er schwingt den stein jetzt liegt er hier einfach der stein aber dann macht also die schwein stein kann die linie auf der anderen seite kämpfen trotziger trotziger trotz alles das ist eine ganze sündige von einem rafsort sich alle sind da passiert könntest du vielleicht nicht tot sein nein nein hast du den stein ins gesicht bekommen nämlich an ja ich habe nicht genug weggegangen habe ich gesagt die machen schaden die kunstchen steine schwingerei als schergen schaff da war ich kann auch einfach meinen heilen ruf hier so lange ja ich kann die ganze zeit mein heimhoff jetzt hier jetzt kann ich mir ja normalen angefangen also gezeichnet der folge cheater ich kann ja meinen heimhof einfach an dann wechseln wir die manche naja bist du gekündigt neu sind am brennen ja ich werde ich vorher konnte ich hier eine mischung jetzt kann ich irgendwie nur für gemacht haben muss er dann ganz klackt werden erst mal einen anderen dien hast normales ja wenn ich zum beispiel meine wölfe als erstes aktiviert dann kriegt direkt ja dann muss ich erst die anderen die anderen tiere oder aktivieren dann werden die welt für dich andere sachen ersetzt verwandeln sich immer anders ich habe mich da reingesprungen das ist noch ein schreien das ist noch ein schreien wo bin ich ja das ist noch ein schreien ich bin ja glaube ich zu viele eine gegner gerade das bleibt grün dann leuchten grüner gürtel schlitz julius zu flucht da müssen wir hinten glaube ich ja mit abweg sprichern kannst du die affekte deiner gegenseite verbirten nein unsere sachen speck im passen im passen im passen geister in der stadt man ja ja ich auch wie meinen den der ist so gut wie tot den schnapp ich mir ja das war hier geht kanalisation ist mir zuwider wenn man ein stiefel ganz schmutzig wir sind schon in kapitel 6 da ist alles auf dem weg gerne berge der sonne irgendwie sind immer noch hier ist da ist hier ja ne da haben wir irgendwo einen shop damit ich mal meine sachen hier lernen kann heute geht man weg ich kann mir nicht an ich möchte nochmal hier verkaufen kann ich ausrüsten für stufe 52 kann ja auch nicht ausrüsten was gar nicht bei singularität ist stufe 6 ring die klau ist stufe 4 mein gott ich habe hier da ist ja noch besser damit und die sachen tun wir mal einlagern da und hier steht ja alle überall vorne mit immer noch bei ich bin fertig ich sehe so schrott aus dem blöden felsen rüstung um felsen schilder also morgen stern ich will so aus dem idee ja mit der rüstung und so aber wie die aussieht nein da der keine ahnung mit einer zipfel mütze impossible impossible machst du da ja ich gucke mir meine skills an mann guckst du einmal nicht denn es geht ja tut mir leid du warst du schon wenigstens beschwerst du bist zum begleiten der mit und höheres begleiten damit ich bin noch nicht ich bin ich bin aber nur nach oben vor der blinkenden tür ich sehe dich aber nicht ja ich bin auf dem weg ich habe nur die erklärung warum ich jetzt nur noch ob sie sind da ist ein portal bei dir aber ich habe auch so sehen auf dein porträt angeklickt nein gehen nicht dadurch das portal das portal für dich zu dich nester der gefallenen dann nehmen wir ihn noch mal wieder auf die typen gibt es eine ganze folge von dem von dem typ hier ja ja klar dann gibt es eine ganze folge eine folge für über den typen gemacht netflix serie von dackels die spiel zwischen dem zweiten film und dem dritten film das geht um nacken ok der ist ja im zweiten film in zugriff in der im zweiten film in zugriff geworden ja ja den haben wir zwar nicht gesehen aber die netflix serie ist halt übernacken was der will macht der tut dem komischen fetten freund da vom mendes den hauptcharakter zu trainieren klappt und dann rüber springen gegen nicht da habe ich mir jetzt geht es den druck der wird aber was da wollte ich nehmen dann wollte ich hier noch das würde ich noch irgendwohin ich weiß es nicht wollte ich hier nicht weiß ich weiß es war cool und du holst dir ja ich bin gerade ich habe ein bisschen mehr ich habe jetzt ein bisschen mehr machen ich war ich bin bisher mehr ausrasten jetzt mit meinen fähigkeiten hier ist eine spur der verwüstung in der folge ich war ich habe liegen mal stirbt macht ihr mal ausgezeichnet nein warum seid ihr fast alle tot also ich mal einmal nicht aus den augen er hat gesündert geraubt da war ich mich doch noch hier dinge zu geben ihr gesundheitsraum und so meine güte du kannst mit geläte beschwören da wenn ich in halter einsetzen und meine tiere sich auch ein ich habe eine andere fähigkeit die energie der damit ich noch mehr gehalt werde irgendwie ja der verliert dann die wird dann zu mir hinzugefügt hat ist ein bisschen ich habe das nicht ausgewählt wenn ich war so ganz ehrlich wartet hat euch noch mehr ich bin ich nicht bescheuert 42 schnell ja aber noch zwei level dann kann ich meinen säbelzahn beschwören und dann kriege ich diese fähigkeit hier dann kann ich ein mehr begleiter mehr schon als ich habe fünf begleiter dann wirst sie drei mini skorpione die ich noch ab also acht dann war ich nur noch ein paar klamotten die mir irgendwie weil nicht mehr begleiter geben hoffentlich und dann geht die partie hat richtig ab ich bin ja eingesperrt das ist ein welt groß und stark locken den anführer der gefallenen aus bixer vor indem du seine brüder schüttet alles klar kein ding beschwört einen zusätzlichen golem aber jeder golem hat verringert der maximal etwas kleiner und weniger schaden ok nun einen schalter auf dem golem statt der spalt aber es hat eine 1 hat hier ab ja damit wäre sie ist nicht gut warum macht die so wenig schaden warum ist sie die stufe 27 sondern zwei level unter mir legendär ist potenzial deine intelligenz entspricht deiner stärke meine muskeln geben mir mehr der plus 1 bis alle fertigkeiten ist gut ich mache ja so ich mache ja gar keinen nahkampf angriff für so offene schlusser trackeball einfach mal aus so warte ich gegen fertigkeitspunkt dafür wenn ich halt ausrüstet mal zum ich habe wieder nicht ok was wenn ich ja wieder weg müsste so hat er jetzt weit entfernt hat er irgendwo was entfernt ich weiß nicht weit nein das stück ich muss das ding ausgerüstet haben dann tut er einfach automatisch wird hier abwähler gibt es nicht ich muss sie bis zu ende ich muss das ding bis zum ende der zeit die ausgerüstet haben ich die fertig machen wir das sei mal im wolf und sprung angriff dafür den ich nicht aktivieren kann und ich wollte ich trug suchanfall dauert länger er bitte kostet weniger mann aber auch nicht schlecht und ich baby zufälligen dienern tötest ihn wieder herzustellen ja da finde ich nicht gut wir müssen wir fertig ich warte die ganze zeit schon da kann ich dir auch nicht helfen dann spielt das spiel mal ein durch das schloss in ihrem leben bei mein aktor ist voll aus ja ich weiß doch was passiert die viele gehen auf ihn jetzt wollte ich noch meine waffe achten also metz gehabt bei jetzt hier aus wenn ich ja nicht aufheben also folge ist alter das ist so ganz in meinem inventar der jetzt gibt er dann auch in der stadt gewesen naja schon mit allen lang geredet müssen gar nicht hierhin glaube ich aber noch mal gucken ob es noch der troje mächtiger schamankleidung der hoffen ja ja mein hund teleportiert sich dahin wo ich hinspringe so was das ist einfach eine brühe jetzt schon wieder lang erledigt wir haben schon aber wir haben schon immer erledigt also sagen wir sollen ihr brüder erledigen und wenn er vorzulocken ich liebe es versprechen ich werde niemals aufhören zu sprechen hier hast du viel spaß damit könntest du auch nur im weltlichen leben springen in der fähigkeit mit der ich nicht geboren wurde und habe noch springen ok lass mich ich habe halt bocken auf springen also lassen wir hier ok er zu erregt zurück ja wahrscheinlich ja noch ein punkt dann werde ich die katzen freilassen benutzt den künstlichen weg punkt wird fall der verstoßenen fall der verstoßenen das opfer teil immer müssen wir ja noch machen wenn ich nur wissen wir müssen zu unsterblichen zitter weil auf deutsch zu viel übersetzungs fehler sind nein ist doch gar nicht wahr ich habe nur drei verschiedene begriffe für companions in diesem spiel du musst halt mehr nego schaden wenn du transformiert bist hier sie das als natürlich in seiner eingestellten sprache und transformiert sich denn ein akku lüt drücke gehe ich glaube man geht drücken dann steht in der spielzeit fahren und da warten oh gott seit dem gebiet gewechselt jetzt gehen wir zur oberen nekropole vor einmal dieser explosion sind eine skate gerade aufgetaucht wir sind so in einem punkt so explodiert haben sich dann also ausgenehm in so einem kreis ja die perfekte formation aber so ein schild würde seit dem für fischer raptoren meiner ist größer ich habe den größen ich habe ihn von hinten an weil er so ein stein typ da war so ein steinschleiter aber irgendwie ist also gesteuert kein nein ein tonnieren auf und werfen auch hier und hier ja 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 ich bin in die Giftbrühe rein Alter, was? Na, er steht da. Na, dein Chat alter was? Na, so. Boah, wegen der Zerstörung, aber es hat Schlüsse zum lichtlosen Gehölz, okay, schon wieder. Hat er einen magischen Stein gehabt. So. Komm her, du Stück. Aber ich muss erst mal, dann kann ich doch eigentlich ausrufen, ich baue noch ein Passiven, ne? Dann kann ich doch gar nicht beschwören. Ein Punkt brauche ich noch. Ja, zwei Schwänze. Ich habe jetzt ein Kätzchen. Das ist ganz toll. Ich war bei einem Punkt. So, okay, da ist mehr oder weniger eine Fähigkeit, ich aktivieren kann. Was ich noch mal die passiven Fähigkeiten für Datei sind. Ja. Na, nicht. Ja. Mal gucken. Der Standort von Diablo 4. Ich habe da noch ja immer einen Passivpunkt kommen. Ich habe hier noch immer gesitzt. Ich habe hier noch einen Passivpunkt kommen. Ja. die öffnest du den spielfahrenden details zu spielmechaniken enthält ich habe mal so lange nein fehlt man raptor nein mein wolf jetzt um eine geleiteranzahl erhöhen habe ich auch gemacht ja das war ich noch gesprungen eine wehrrate des zerfetzens das klingt echt brutal gefällt mir ich will mal den kammerjäger ja also na los giftiger staub ein beobachter der zähigkeit eine aussaugende imperial klingelt ist ja ja okay ich sehe es ich komme als körpern auch irgendwie größer machen will ich auch als nächstes machen weiß nicht was er bringt da kann ich mal so als bonus dazu also dann mal nicht niemanden ja aber da kommt halt irgendwie nur so rad dazu irgendwie so dieser effekt habe ich sorge für so an sich hat irgendwie nicht so funktion ja Boah. So schnell tot, ey. yes. Tome. Wow. Da kann man einen anderen eindeutig einsetzen könnte, der kostet mich keinen wanna. Der zieht aber mein Leben, sein Erklär Cyrimer Lied. Der sicher uncondinerating ist doch nicht mehr. Als erstes independencesteht. Genau, das sind die Manager nicht mehr. er hat die feuer ein grüner 200 rüstungen entschuldige sonst hätte dieser doras graf bitte ja da kann ich aber nur 30 tränke nehmen also nicht so willkommen in meiner welt kars geschwindigkeit plus 200 rüstungen das 440 rüstungen rüstung okay warum nicht mal ist ja ich weiß ich weiß ich weiß wo ich denke ich habe mich verlangen gegangen aber dann geht ja da kann sich darauf spezialisieren da ist eigentlich ein gutes argument ja komm ich dort handhabe ja ich weiß ja ja ich habe genug feuer sachen hier meine so geschützt man auch weil ich nicht ein großer fan von eis bin ehrlich gesagt aber wenn die laufen mit ihren brennenden dinger hat verbrechen das gehen wir gleich los und tun irgendwo weil sie nicht ein paar kreuzer anzünden deswegen so lange kapuze an ja so ist die schwarze ich weiß wir tun dann ein kleines tee anzünden man hat mal aus der schwarze kapuze aufweist das weiße anzünden wenn ich da hinten hin gesprungen könnte wer sogar man geht nicht auf die brücke dein leben ich kann da hinten feuer machen dann hat aber naja da gehen da nicht hin schade da hinten machen die guck mal nein mein glitz reicht mich bis ein ja mal entweder man kann ja wirklich geschossen ok man fühlt sich an man fühlt sich nicht für dumm verkauft als spieler von last report der sagt irgendwie bei diablo 4 fühlt man sich für dumm verkauft wenn er nicht aber ich habe ja ja ich auch ja wo es passiert stein 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 was doch nicht bei mehr leute geht da unten nein geht doch nicht die ganze zurückkämpfäß er hätte ich doch so lieb gar nicht hätte ich gehört und jetzt maximal begleiter plus 1 bitte ich weiß jetzt mache ich folgendes ich tue meine säbelzahn katze rein das ist jetzt habe ich zwei kremen ja jetzt habe ich fünf sachen ausgezeichnet jetzt habe ich acht tiere die mich begleiten und das ist jetzt mein normaler angepfter blitzschlag anscheinend also mein endgames setup und das funktioniert ist eine sache aber es wird schon mehr werden wir noch sehen was ich mir ausgesucht habe hier funktioniert ich habe jetzt alles auch nicht haben will der säbelzahn gilt als begleiter ok begleiter passiert ich habe eine tod und zerstörung gehört da kam dann die mit einem anzug zu gehen so dabei skala text hier wenn ihr auf die fähigkeiten geht dann steht auch hier die namen begleiter wenn ich bei meinen tieren gehe wenn ich aber eine bei fertig kann und spezialisierung auf die auf zum beispiel deine dein golem oder so geht es ja da steht irgendwie war ja nicht hier so skala text hier so diener begleiter und soweit alles hier also tags hier für die und irgendwas von der kategorie die fähigkeit ist nämlich an also manner kosten abkühlen und so darunter steht skala text da steht bei meinem bären bei meinen skorpion überall diener begleiter also sie sind sowohl als auch nehme ich eine eine beelle ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe weiß ich weiß nicht was ich habe ich habe bei dir da steht steht hier irgendwie überhaupt nichts und irgendwas skala mäßiges ich habe das glauben nicht also meine fähigkeiten auf die feuer schein machen fühlt sich nicht gottisch kannst du kannst du mit der maus also drüber gehen meine spezialisierten sachen ja kann ich machen aber einfach über deine fähigkeiten ja 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 so ja skalatex ja ja man steht bei dir die intelligenz okay dass du nicht galatex und darunter steht dinatex nur dina ja die kein vasallen oder irgendwie so bei mir steht dina und begleiter also weiß nicht haben zwei verschiedene drei verschiedene verschiedene begriffe ja auch so nicht weiß nicht mehr angewöhnt immer dann zu reifen haben wir sagen kann schlitzen und unsterbliche stelle wo ist ein apparater wenn man immer sterblich machten langsam ich habe meine stimme ja wir treffen in dem prater kann man jetzt hier gehen wir als gut rein und gehen dann wieder als tipp raus hat jetzt admiral hart schlitz letztes in meinen tieren gefahrt halbwegs ja 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 wieder hinter den gehen aber ich habe ja ich habe noch ein ja jetzt habe ich auch kein mehr die werde ich war was ich war ich war ja jetzt wäre es mein tränk ausgegangen jetzt ist unsere Chance, schnell, benutze Heerot's Lanz! Du schütziger Mensch, Herr Kumpf! Du denkst, du kannst mich töten? Du denkst, du kannst... Enough! Komm, benutze Heerot's! Heerot's Lanz, wo ist es? Du musst hier raus! Heerot's Lanz! Heerot's Lanz! Ich bin mehr so ein Hackeball-Typ. Die Macht der Götter. Wir haben immer noch Kribele sieben, wir sind immer noch Kribele 5. Heerot's Lanz. Yeey, alles gezeichnet. Das war's für heute.